Höher halten hätte sie gereicht, ja. So, also, hier kommen die ersten beiden, das sind André an zwei. Vorne die Startmann 933, Christian Schurock, dann die 117, André Kraus. Das sind die ersten beiden, ja. Christian Schurock, Kreis und Hochschulstart und André Kraus und Kreiterschauern Ansgar. Ja, wir sind immer noch bei Zeit gedeutet, die unter 16 Minuten sind alles auf. Hier kommt der nächste, die Startmann 12, 400 Mal, das ist Claudia Turco und Kreuzner Trainer Soest. Das sind definitiv die ersten drei, die jetzt im Ziel sind. Will der Startmann 1052, Samuel Vorderbülbeke von Materia Honsel Germany. Genau, HSK mit der 640 mit Max Bicht. HSK Duschkabinenbau. Die haben es heute regnen lassen. Die Badexpertin. Ja, nächste Frage ist natürlich, wer wird die erste Frau? Wer kommt als erstes wieder in Richtung Ziel? Nur um mal einfach Zeiten zu nennen, wir sind knapp über 19 Minuten, offizielle Mitte auf dem Boden. Gibt es ja nicht, das ist Christiane, die schnellste. Christiane Ruhm von der Kreispolizei-Böde. Den Schlüssel willst du auch wieder? Also, das ist André Kaiser, immer vorausgesetzt die Datensätze, ich habe Stimmen hier. Die Damen und Herren, können Sie bitte ein bisschen, entweder hinter mich gehen oder vor diesem Bogen. Ich kann keinen Stand mehr kennen. Vielen Dank. Wir haben 19 Minuten und 50 Sekunden, also immer noch Zeit, unter 20 Minuten, um mal eine Zeit ins Spiel zu bringen. Thomas Warnske ist sehr gut mit der 1649, Patrick Göttel. Dann kommt ins Ziel hinein gerade der Alian Fronzek. Ich sehe Marco Böding und auch Ullmann Mignis, zweite Läuferin mit der 637-Saga-Schelper-Klaus vom Musterlandkreis. Es ist da der Eurund-Jund und Lorenzo Kultio. Die Frage dem muss Luca Rüttke, Christian Göttel, Michael Millentrop, Ardiana Metz, die dritte Läuferin Lisa Biedemann von Münze Textilband GmbH. Ja, dann schaue ich mal, wann ich eine Läuferin mit Punkt auf der Stadt mal sehe. Denn es geht auch um die erste Azubi, insofern das die Schreine war. Ich glaube auch nicht. Der Stefan Rickert mit der 1046-Saga in Murtaza. 1550er, Tiro Dettner, von der Stadt an Städte reinigen, mit der 58er Stimester. Möbel Knappstein, 1295, Ulrike Pappberg, ist eine 21er Zeit gelaufen, 21 tief. Mit der Stadt Nummer 73, Sofia Güllicke. Dann auch Markus Weißenfels und Charlie Moussin Bludau, immer vorausgesetzt die Datensätze in meinen Wettkopfstimmen und die Stadt mal wurden nicht im Feld vertauscht. Andreas Hoff, Toreen und Kärbis, 21 Minuten 40, seit der Start erfolgt ist. 1, 1, 0! Gas geben, Gas geben! Ehrlich? Herrlich, ne? See you, oh, it's lost! Zum Ziel Andrea Busch, Nicole Höhle. So Flo, wie viel hast du geschafft? 21, 21 glaube ich. War gut, auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Das Wetter war genau richtig. Sehr gut. Das hat ja gut angekommen. Ja, sehr gut. Natürlich. Ja, danke. Super. Viel Spaß noch. Ich meine, es schmeckt schon wieder. Seid ihr zufrieden? Ja. Sehr geil. Widersparen war das nicht. Da wurde Nummern im Feld vertauscht. Caulin Pens. Von Mütz Textilwand. Das Verhältnis. Ja, passt. Ist passt. Perfekt, wie sich das gehört. Attraktiv, potent, sexy. Dankeschön. Alles super. Schöne Dusche auch. Sehr gut. Alles super. Schöne Dusche auch. Danke. Viel Spaß noch. Danke. Bei der Helfer vielleicht. Bei der Helfer vielleicht. Bei der Helfer vielleicht. 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 Ja, seid verpettlich. Hier, das ist der Wester von uns gewesen. Siehst du, wer macht das eher? Die Schiebs so weit zu wandern, ne? Alles zusammengelaufen. Felsinger hat einen Schirm bekommen. Was? Auf. Wir auch, ne? Hauptsache durchgekommen. Mann, wir auch. Das war wie immer wunderbar. Kühlung von oben. Genau. Wunderbare Strecke. Was will der Mensch mehr? Genau. Und euch wünsche ich noch viel Spaß und kommt gut aus. Dito, guten Abend. Guten Abend. Ihr habt euch ja richtig schick gemacht. Danke. Super, hervorragend. Hervorragend. Alle gestartet, alle ans Ziel. Hat gepasst. Dann viel Spaß noch. Danke. Thomas Becker. Ich habe wieder Bananen holen. Monika Jaspers. Daniel Giesel und Andreas Menkel. Wir sind jetzt bei 43 Minuten. Grüße. Dann gute Barbara Rickerts. Antonia Meier. Hanna Günther. Genieß Klobe. Claudia Ilthia. Ludikantia. So, während einer fährt ein Blitz über die Laufstrecke raus. Danke schön. Wir schaffen. Prima. Ohhhh. Nach holler Montur gelaufen. Mit ganzem Gewicht. So, kommt hier. Ihr freut euch also, war's gut? Super! Nächstes Jahr wieder! Da kommt's ja nie angefangen! Musik! 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 Es ist aber nur Regen. nope! Hat der Hut hingekriegt, oder? Viel Spaß noch! Danke! Der ist ja so richtig lustig! Ja! Viel Spaß noch! Danke! Danke, gleichfalls! Lass aber glücklich! Alles super! Hat Spaß gemacht! Viel Spaß noch! Sein Fuß noch, alles! Ah, es kommt jetzt gebrochen! Was machen wir denn jetzt? Sonntag geht nicht! Viel Spaß noch! Alles gut? Yes! So, ich bin mal in die Jacke! 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 So, ihr wart voll, ich hab's hoch! Alles gut, ne? Ja, super! Und ihr auch! Ja! Und ihr auch! Vor dem Rohr, also der Pfotter, aber nicht nachher! Ach, ich glaub was, nein! Alles gut, wo? Ja! So schön, weit beziehen wir da, ne? Wenn ihr an der Pfot... Ja! Huuu! Huuu! Alles gut? Ja, natürlich! Prima! Ja, Spaß gemacht! So, junger Mann, wir da sind! Super! Na, ich finde das Wetter, genial! Entschuldigung! Es kommt nicht ins Schwitzen! Alles gut! Danke! 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 Ach, da braucht sich ja noch jemand! Alles gut! Ja! Nimmeli! Ja, hier sind wir! Alles gut! Alles Balletti! Alles Balletti! Geht mal! Ja! 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 Herr, guckt mal! Alles gut! Ja, alles gut! Yeah! Ich hab Spaß. Danke! Ja! Alles Balletti! Ja, sie ja! Wuhuu! Hää! Als Lassi gut angekommen hier! Ja! 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 Kupar! 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 Ich passe drauf! Vorsicht auch so! Oh nein! Ich habe es geschafft! Prost! Prima! Ja, Mann! Da ist der Ballabang! Was für meine Damen gemacht! Ich habe ein Auto durchgekommen, ne? Wuuuh!